Drehen Sie das Einstellrad auf Datum und Uhrzeit. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um die zu ändernde Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Plus- oder Minus-Taste, um den Einstellungswert zu ändern. Auf Wunsch ist ein 24-Stunden-Format verfügbar. Für jedes Programm stehen bis zu vier Startzeiten zur Verfügung. Drehen Sie das Einstellrad auf Startzeiten und drücken Sie Programm auswählen, um das gewünschte Programm auszuwählen. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um eine verfügbare Startzeit auszuwählen. Drücken Sie die Minus- oder Plus-Taste, um die gewählte Startzeit einzustellen. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um weitere Startzeiten festzulegen. Stationslaufzeiten können von einer Minute bis zu sechs Stunden eingestellt werden. Drehen Sie das Einstellrad auf Laufzeiten und drücken Sie Programm auswählen, um das gewünschte Programm auszuwählen. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um eine Station auszuwählen. Drücken Sie die Minus- oder Plus-Taste, um die Laufzeit für die ausgewählte Station einzustellen. Stellen Sie die Bewässerung für bestimmte Wochentage ein. Drehen Sie das Einstellrad auf Bewässerungstage. Drücken Sie auf Programm auswählen, um das gewünschte Programm auszuwählen. Drücken Sie die Minus- oder Plus-Taste, um den ausgewählten Tag entweder auf Ein- oder Auszusetzen und um automatisch zum nächsten Tag zu wechseln. Wenn Sonntag ausgewählt ist, gelangen Sie in die zyklische Bewässerung und aktivieren diese, indem Sie die rechte Pfeiltaste drücken. Um zum Menü Bewässerung nach benutzerdefinierten Tagen zurückzukehren, drücken Sie die linke Pfeiltaste.